so leute und herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal heute gibt es die die thunder smoke von thunder kong von leslie von made in for germany ja danke noch mal an den youtube channel von der ich die wunderschönen teile bekommen habe wie gesagt das ist ungelogen eine einzigste packung und die werden wir testen hier beinhaltet halt in blau und grün gelb und rot das sind wirklich unfassbar unfassbar dicke orschies hier 30 mm und schießen halt quasi einen salut also das ist ein salutrohr mit oben glaube ich sogar manchmal ein bisschen crackling manchmal nicht es kommt immer obwohl ich glaube sogar immer crackling und die schießen halt wie der name schon sagt smoke ja hammer 36 gramm auf die packung und ich bin echt geschmarrt was die können soll ich sagen leute sehen wir uns gleich bei der zündung der fanden kong smoke bis gleich so leute jetzt machen wir die thunder smoke von leslie feuerwerk fangen wir gleich mit dem gelben an habe ich euch schon schön in der hand los geht's feines teil so leute jetzt der blaue sind auch schon unten müssen wir natürlich mal unsere eier beweisen hier richtig fett man jetzt in rot leute eskalation schon so früh auch wieder richtig krank und jetzt noch in grün ja ich würde sagen richtig fette teile hier die dinge könnt ihr euch ja fast überall kaufen also jeden online shop würde sagen aber noch den letzten in grün jetzt alter die sind so 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 geil kauft euch die teile wenn ihr rankommt leute richtig geil ja 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 Untertitelung. BR 2018